das ist überleidig das ist das entwicklerstudio ja kopfhörer habe ich auf und damit auch noch mal für youtube seit grüßen an ihm zwerge gnoe hobbits und in gott diesmal live live auf twitch gerade zuletzt ist behind the frame das schönste bild die demo version von der indy arena booth 2021 von gamescom der online gamescom und wir spielen wir schauen mal rein dieses spiel die trailer waren mal wieder wunder und pressen anywhere to start und starten ein neues spiel oder wir schauen mal kurz in die settings ja gut musik an das ist natürlich so eine sache ich hoffe die musik ist nicht zu laut und man hört die musik und mich dann würde ich mal sagen starten mal okay ich habe leidens wie es ausschaut ach so sind wir jetzt ja mal okay die feine und schweift auf die painting und das mit der zielung exibition für das koste gett als gesendet okay hier haben wir die farbgebung das ergibt werden dass er grün werden dass er ruht und auf verschiedene malein als feld soll sein gäbe es fehlt werden das ist ja jetzt können wir pinseln über pinseln können wir nicht okay schade jetzt werden wir zum künstler hier ja okay den rest hat für mich ausgemalt okay das part ist dann der rest muss auch noch der muss das muss auch noch gelb das ist ja das muss ja wir pinseln wir pinseln wir pinseln das muss ja auch noch wundervoll ähm ups cover disk mat äh wie war es okay weiß ich doch das war doch das war ja das war so vorgesehen der grün soll die landschaft jetzt hier werden dem herz mit blau und dem herz mit dem herz mit dem herz an oder der grün soll Tja, das muss man gelb machen, und sie haben so, Tja, das muss man gelb machen, Schade, wie grad jetzt, ja, kann ich jetzt irgendwie zu blauer Farbe kommen, oder, ist der muss jetzt, äh, das Fenster, das hier, glaube ich, auch noch gelb, wir haben, ah, ok, jetzt habe ich's, so funktioniert das auch mit der Kunst, das ist einfach, erstmal nur mit einer Farbe malen, oder die nächste Farbe holen, und das ist, genau so funktioniert das. Man hat's nicht alle Farben, die man nur haben will, die man braucht auf dem Brettchen, so, hier haben wir lila, hier sehe ich weiß, hier sehe ich grün, muss Musik anmachen. Hm, ja, schön, aha, das ist ein Künstlerk, was du schon gemalt hast, ok, oh, wie schön es dir wäre, zu einem, ok, versuchen wir's gar nicht erst, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, äh, ja, die ist bei mir grad wirklich ziemlich laut, äh, ja, die ist bei mir grad schalten kann man nicht mehr, oder, es ist jetzt Mist, haha, ähm, das ist jetzt, ja, ich find's fast ein bisschen nervig. Okay, wir brauchen, wir brauchen Farbe, wir brauchen Farbe, wir brauchen Farbe. Hm, Das ist Kaffee. Ah, frisch gemahlen. Die feine, die feine Dame. Das nervigste an der Musik ist, dass da immer, zwischendurch immer so ein Tun hat, der mich ein bisschen nach einem Telefon, nach meiner Smartphone benachricht, das klingt so, als hätte ich eine neue Nachricht. Ich glaube, WhatsApp, mein WhatsApp-Klinge-Ton war das, haha, das ist die kleine, das klingt so, eine neue Nachricht auf WhatsApp. Genau das, dort eben, habt ihr das gehört, dieses, das sind zwei Töne. Die Ding, das hört sich dann, das ist irgendwie ein Android-Phone. Wir haben einen Kaffee. Jetzt sitzt da da einen Kaffee stehen und trink den nicht aus, das ist dann wieder, dann bin ich hier aggressiv. Ähm, du kannst doch die Kaffee jetzt nicht. Kann man den bitte trinken oder so? Das ist, dann können wir uns auch Eier machen. Machen wir uns das auch nett. Ich werde das verstehen lassen. Nur ein Ei, okay. Okay. Das sind keine Pfannkuchen, die muss man nicht werfen. Ich hätte es aber jetzt gemacht, mit dem Ei. Das Ei. Könnte man das rausnehmen, das ist meine Idee. Ich weiß eigentlich nicht, wann es fertig ist. Vorher erkenne ich das hier. Das wird endlich verbrennen. Toast. Nein, ist noch nicht fertig. Toast ist noch fertig. Das ist ein Eier-Sandwich. So. Und sonst wo? Wann bist du fertig? Der ist ein Eier-Sandwich. Das ist ein Eier-Sandwich. Der ist ein Eier-Sandwich. Gets. Da geht's. Okay. Es hat nur 5 Tasten hier. Enter 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 Hola text drive repent Okay. Bei dir später den profilen. Bis dahin ist der kaviel kalt. Meine Fresse. Willst du ohne blauen Farbstoff malen? Ja, nur... Ah ok, jetzt trinkst du einen Kaffee. Und dann mal einen Spanner. Aha, wir machen ein paar Schilder. Mhm, ok. Gucken wir uns jetzt das Bild von ihm ab, das er gemalt hat. Das ist so kriminell. Machen wir das ihm nach. Ich weiß nicht ob er das so toll findet. Du weißt, da ist so eine Münzzeichnung, die einfach super radiert. Okay. Macht das nicht Leute. Nicht von anderen Leuten abzeichnen. Wann kann sie malen? Das macht Sinn. Sonst zeige ich noch von ihnen. Okay. 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 What vans, what cat. What vans, what vans, what vans, what vans, what vans. If you have to vans poor fingers on, what is and what you want to back up. Da hatten wir noch blaue Farbe. Ok, haben wir ja schon gegessen. Ich muss es nochmal machen. Mhm. Ok, eine gute Box. Ok, was machen wir hier? M-m-m-m-m-m-m. Und ja. Ein Sketchbook. Blaue Farbe, wo ich dir mal denke. Das wäre mal eine Sache. Ja. Tja. Ja. 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 Wie war denn enforcement? Wir können Armbar anfangen. Kaffee getrunken haben wir, Musik haben wir angemacht, Frühstück haben wir gegessen, mit dem Zoom haben wir schon gemacht, so, Haus können wir nicht, Tja, wollen wir mal in das Fenster gucken. Kitzel, Kitzel, Schmier. Kitzel, Kitzel, Schmier. Kitzel, Kitzel, Schmier. Tja, also. Tja, also. Tja, Tja. Tja, Tja. Tja, Tja. zur Wikikertz. Ja. Continuieren. Zerbertoon. Zerbertoon! Stay here. Zerbertoon! 찼나... 譜� OTTAEM. Da würde ich nicht gehen, fehlt noch ein Schlüssel, den wir hier finden müssen. So, bevor wir alle einpennen, muss ich mal sagen, ja, glaube ich nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst noch mal da, wenn ihr seid auf YouTube, ja, ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein für dieses kleinen Netz-Test, habt ihr noch einen neuen Tag. Musik 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 Musik